Bereits als in der Ferne das Dröhnen ertönte, schraken die pflanzenfressenden Dinos auf. Auch das Urmel spitzte die Ohren und erklärte, »Das sind Urmels, bestimmt! Das ist Urmelgebrüll! Hurra! Sie rufen nach mir!« »Ach, Unsinn!« rief Tim. »Wir haben hier noch kein einziges Urmel gesehen, und ich glaube auch nicht, dass Urmels so laut brüllen können.« Er versuchte, das Urmel festzuhalten, aber das stieß ihm beiseite. Er fiel dabei hin, das Urmel war schon aus dem sicheren Versteck gekrochen und brüllte, »Oi, oi, oi! Hier bin ich! Das Urmel! Kommt! Kommt alle!« Die bereits vorsichtig gewordenen Dinosaurier wurden durch dieses Gebrüll so erschüttert, dass sie Reißausnahmen. Sie stürmten davon, als ginge es um ihr Leben. »Ach, du mein liebes Titivu!« stöhnte Tim. Er hielt sich die Ohren zu, während er sich wieder aufrichtete. »Nie im Leben hätte ich gedacht, dass unser Urmel so laut brüllen kann.« »Hast du eine Ahnung?« Das Urmel schlug sich vor die Brust. »So kann nur ich brüllen! Ich, der einzige mächtige Dinosaurier-Vertreiber!« »Darauf möchte ich es lieber nicht ankommen lassen«, sagte Tim. Er war froh, dass ihnen keinerlei Gefahr zu drohen schien. Zunächst geschah auch nichts. Weit und breit war kein anderes Raubtier zu sehen, von einer ganzen Urmelherde ganz zu schweigen, aber dann hörten sie ein mächtiges Gebrüll, und es kam ganz aus ihrer Nähe. Doch es war leider kein Urmel, das da in ihre Richtung stampfte. Es war ein riesiger, furchterregender Tyrannosaurus-Rex. Sie huschten in das hohe Schilf am Ufer und duckten sich tief hinein. Nur das Urmel streckte seinen Kopf einmal aus dem raschelnden Gebüsch. Diesmal begann sein Herz wild zu klopfen. Ein riesenhaftes Tier, hoch wie ein Haus, stapfte genau auf unser Urmel zu. Vorausschwebte ein grimmiger Schädel, groß wie ein Felsblock, auf einem mächtigen Hals. Ihm folgte der massige Körper auf hohen Beinen, und hinter ihm rutschte ein langer, ebenso fetter Schwanz über den Boden. Seine Augen, groß wie Scheinwerfer, funkelten, und als es sein Maul öffnete, vielleicht nur, um Luft zu schnappen oder zu gähnen, entblößte es eine Reihe spitzer Zähne. Zum Glück hatte es weder das Urmel noch die anderen bemerkt. Ganz knapp vor ihrem Versteck drehte es ab und stolzierte, ähnlich wie ein Vogel, Strauß, nur viel, viel größer zum See, in dem es sein Maul tunkte, schmatzte und trank. Danach leckte es sich wieder das Maul, dann trabte es davon. Uff! Tim pustete erleichtert aus. Das ging gerade noch mal gut. Einem solchen Vieh möchte ich nie wieder begegnen. Auch das Urmel schien alle Lust verloren zu haben, nach anderen Genossen seiner Art zu suchen. Doch als es in das Schilfdickicht guckte, rief es begeistert. Schau mal, Tim, hier liegen Eier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Eier. Die sind genauso groß wie das Urmelei, in dem du auf Titivu angekommen bist, Urmel. Ja, rief das Urmel. Das sind Urmeleier, Tim. Bestimmt sind das Urmeleier. Wir wollen sie mitnehmen und zu Hause ausbrüten. Ich bin ja so froh, dass wir sie gefunden haben. Nun mal langsam, zischelte der Bedächtige Wawa mit seinem klugen Köpfchen. Wieso glaubst du, dass das Urmeleier sein sollen? Wir haben hier noch nicht ein einziges Urmel gesehen. Wo Eier, da auch Eierleger. Das ist ja wohl klar. Aber der Professor hatte sie gehört und er bat Tim übers Handy. Hör mal, Tim, vielleicht sollten wir Urmels Wunsch erfüllen. Wenn ihr könnt, nehmt ein Ei mit, geht aber vorsichtig damit um, bringt es in den Zeitgleiter, wickelt es in eine Decke und legt es in eine Schublade, aber so, dass es nicht herumrollen oder auf andere Weise beschädigt werden kann. Jetzt aber genug geredet. Die Zeit, in der ihr euch befindet, mag euch noch so schön vorkommen, sie ist aber voller Gefahren. Also, kehrt jetzt bitte in euer Fahrzeug zurück und geht wieder auf die Reise. Um Titi Wu's Willen, rief Tim plötzlich. Er war kreideweiß im Gesicht. Seht nur, der Tyrannosaurus ist umgekehrt und er hat uns entdeckt. Oh weh, rennt, rennt um euer Leben! Tim nahm den kleinen Ping-Pinguin, der so schlecht zu Fuß war, auf den Arm und raste mit ihm los. Das Urmel riß eines der Eier an sich, breitete seine Flügel aus, wir erinnern uns an seinen großen Flug um die halbe Erde, erhob sich in die Luft und flog mit ihm in den Raumzeitgleiter zurück. Wawa musste der Kraft seiner Beinchen vertrauen, er glitt pfeilgeschwind davon, aber der Riesensaurier war ihm dicht auf den Fersen. Nicht mehr lange und er würde ihn erwischen. Doch Tim, Ping und Wawa wurden durch eine Katastrophe gerettet, bei der die Hälfte aller Arten auf der Erde ausgelöscht wurden. Ein feuriger, flammender Felsbrocken stürzte vom Himmel. Er schlug knapp vor dem Riesensaurier ein. Das rasch laufende Tier stolperte, stürzte in die glühende Masse und endete mit einem welterschütternden Jammerschrei. Inzwischen hatte das Urmel sein kostbares Ei bereits in eine Schubplatte des Raumzeitgleiters gelegt. Tim keuchte mit Ping auf dem Arm die Treppe herauf, auch Wawa schlüpfte gerade noch rechtzeitig hinein. Tim stürzte zum Armaturenbrett, verschob den Hebel auf On, sofort wurde die Treppe eingefahren, die Tür geschlossen. Der Raumzeitgleiter fauchte empor. Unten bebte die Erde. Welch eine Erlösung, die Stimme des Professors wieder zu hören. »Wie gut, wie gut! Das war Rettung in allerletzter Minute! Ich hätte nie gedacht, dass er ausgerechnet an jenem verhängnisvollen Tag auf der Erde landet, an dem das große Inferno ausbricht. Wie kommt das passieren, Professor?« fragte Wutz, die wieder einmal einer Ohnmacht nahe war und sie schräg an die Wand lehnte, um nicht umzufallen. In eurer Zeit, also vor fünfundsechzig Millionen Jahren, stürzte ein über zehn Kilometer großer Asteroid aus dem Weltall auf die Erde. Damals vernichteten die Hitze und die Druckwellen in riesigen Gebieten alles Leben. Die Dinosaurier starben aus, weil sie keine Nahrung mehr fanden. Das erwies sich dann allerdings als Glück für all jene kleinen Säugetiere, die Tim im Wald entdeckte. Nun breiteten sie sich über die ganze Erde aus. Viele neue Arten entstanden, und die Natur bekam ein neues Gesicht.